So, willkommen bei Fortnite. Hier wieder. Oh Gott. Okay. Okay. Hallo. Okay. Ja. Was für ein Gott bist du noch mal? Hey, was soll das heißen? Das heißt, dass ich es wirklich vergessen habe. Wer bist du noch mal? Achso, Aphrodite. Achso. Aphrodite. Aphrodite, ich kennst du den. Nein. Ich bin der Poseidon. Servus. Ach, scheiße. Moment. Hey, Krabi, geh da mal raus. So. So ist das. Das ist so süß. Und ich liebe diesen Song. Echt, der ist cool. Voll fetzig und so. Und, äh, ja. Die tiefe Gesangsstimme soll ja auch der Poseidon-Skin hier sein. Das macht es irgendwie noch lustiger. Ach, so ein fetziges Lied. Ah, ja, ich. Nun, wir zwei Götter gehen jetzt wohin? Und gönnen uns eine Götterspeise. Ja. Äh, äh. Das ist so? Ne, wir machen hier das mit Protus-Geschichten. Schmarrn. Wir gehen jetzt hier, äh, scannen auf der Marigold nach Aufzeichnungsgeräten. Das wollte ich machen, ja. Vielleicht schaffen wir das auch noch, aber keine Ahnung. Letztens war genau das hier verbuggt, aber schauen wir mal. Ja, jetzt schauen wir mal, gell. Genau, und dann wollte man noch heiße Sohle machen. Machen wir dann nach. Poseidon ist lustig. Doch, den, den, den Skin. Ich find den echt lustig. Mag den eigentlich schon. Hey, das ist jetzt hier gar nicht lustig. Hier geht's echt um, ich bin der Herrscher der Mupfeln, ja? So musst du das mal sehen. Ist voll so, ja. Was ist denn da los? Iron Man auf einem Scooter. Es wird's komisch, alles hier. Ich weiß nicht. Ich drehe noch alle durch. Aha. Das, äh, war's richtige Stichworte, das ist wirklich durchgedreht. Zack. Ja. Ah, ich, äh, sehe, was passiert ist. Das ist, äh, ganz normal. Mhm. Das ist normal. Ja, ich hab nur deine, äh, Blubberblasen gesehen und ich hab mir in dem Moment in die andere Richtung gedreht. Warum spinnst du denn raus? Weil wir zu Marigold müssen? Äh, also bei mir ist da hinten gepinkt, also, ne? Ja, ja, und da fliegt ja der Bus nicht hin. Was soll ich machen? Ach so, okay, okay. Das ist schon wieder voll die schöne Mupfelmusik hier. Das ist wichtig. Ja, der ist echt schön, der Gleiter. Ja. Ja. Iphulus ist frühzeitig abgehauen. Wieso haut denn der schon ab? Ja. Das ist ganz cool. Vielleicht hat er ja Hirnangst. Hirnangst. Jetzt haben wir ja da dann ganz gut Chance, dass es nicht so viel los ist. Ja. Wir müssen hier die Mupfelmusik genießen. Und da ist einfach auch voll schönes Meeresrauschen dabei. Jetzt bin ich sehr tief. Ich glaube, ich gönne mir hier erst mal Waffen. So. Bin ich hier auf einem Elefanten? Was besser spielt als die Lande nach Beginn der ersten Sturmphase. Oh, lustig. Lustig. Du hast es rüber geschafft? Das bist du wieder am Cheaten. Das ist auch gar nicht. Ah, perfekt. Klar. Im Matchauftrag auch noch geschafft. Super. Super. So muss das sein. Oder wie oder was. Oder wer oder wie oder was. Oh, oh. Ich arme hier Böses. Wer ist böse? Das ist komplett Armageddon. Okay. Ja, das sind glaube ich MPCs auf dem Schiff eigentlich auch. Nee, nee. Nicht nur MPCs. Ich komme schon angehässelt. Hässelhoff. Oh, ja. Tatsächlich. Spann hier auf. Da bist ja du gelandet. Ja, ja. Ich habe mir gedacht, die kommen wieder zu Nullfair. Aber ich sehe schon, du hast einen anderen Sturm verfolgt. Das ist so. Ich wollte ja eigentlich zu dir helfen. Ich habe nicht gewusst, dass diese Waffe, die ich habe wieder eine Hässelhoff-Wafi ist. Alle. Das ist ein Tresor, oder was? Oh, was ist denn diese träge Steuerung eigentlich? Unglaublich. Dankeschön. Oh, die Mupfel auf den Rücken, die freut sich, wenn man jemanden killt. Das ist ja lustig. Das ist ja lustig. Man, jetzt verschwinde doch. Oh, mal da ist aber auch noch einer. Wo war denn der jetzt? Ach, da. Im Wasser. Das ist so. Ciao, Bella. Oder wie, oder was? Na also, das ist doch alles gar kein Problem. So, jetzt ist hier irgendein Fuzzi, mit dem wir übrigens reden können, gell? Wir sind doch krass drauf hier. Das ist doch hier alles kein Problem, oder? Wo ist Fuzzi? Ach, da oben. Das ist, das ist Midas, oder? Aufsteigender Midas. Hey, das ist richtig gehört. Ich bin zurück. Ja, das ist ja auch das Coole. Der sieht wirklich cool aus. Der kommt bald in den Shop und so. Der ist schon echt cool. Komme Gewehr. Okay, ja, was weiß ich. So, und jetzt noch das Ding finden, gell? Jetzt, Herr Schatz, seid mir. Ich muss da hin. Hey, jetzt hör doch mal. Hey! Hey! Als erster Spieler ein legendären Gegenstand eingesammelt. Ah. Ist das so, ja? Aha. Hey, voll random. Okay, schafft es scheinbar. So ist es. Wir sind hier voll am Start. So, ein bisschen Gold mit. Ich finde, Sandons ist halt auch voll verdient und so. Wir sind ja Götter. Okay. Was machst du so? Schiff abbauen oder wie? Irgendwo ist eine Kiste, die regt mich von oben. Moment mal, jetzt probiere ich das hier nochmal. Aufspüren, aufrüsten auf legendären Grad nicht möglich. Warum nicht? Jetzt mach das doch einfach. Keine Heilung erforderlich. Ja und warum? Ich bin voll verletzt. Aua, mir geht es gar nicht gut. Ich kann dir gar keinen Fallschaden machen. Ich kaufe jetzt hier einen Riss. Okay, wo? Bei Ebets oder was? Nee, bei dem Automaten. Hier ist ein Automat? Ja. Okay. Wo bleibst du? Wo bleibst du? Wo bleibst du? Hier, hier, hier. Da hieß das? Da hieß das. Hute... Äh... was ist hier... Jetzt mach doch hier keine Faxen auf Hundefilfe. Das ist wirklich besser. Bam. Super. Supergeil, oder? Auf einmal hat es einmal gegolten, wenigstens. Zwei von drei, schau. Endlicher Mann. Was ist los? Schubidubidubidubi. So. Mensch, das ist ja schon wieder so schön hier. Was ist denn hier passiert? Naja, schlimme Dinge. Udos. Es geht. Hier ist aber kein Automat. Oh, leider, leider. Irgendjemand eine Rekrutierung nennen? Bei Snooty? Waren wir da? Waren wir da hin? Ein Auto. Schauen wir mal, oder? Boah. Ja, ja. Vielleicht ist da ja noch wer. Das wäre jetzt echt krass. Vielleicht ist es ein Bär. Ein normaler Automat. Aber egal. Ist hier Lünni, oder? Ja. Ding-bing-bing-bing-bing-bong-bing-ding-bong-bing-bong-bing-bing-bong-ISA 왜?? Chinatown! Heu! Wie der einfach auch gerade der Zug ist, das macht mich sehr traurig. Und ist da noch wer? Ich weiß es nicht. Nö, irgendwie nicht. Na, ein rekrutierbares Affengesicht. Ach so, ja gut. Scheiße. Dann da drüben theoretisch. Ja, ja. Au, au. Miau, 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 miau. Ich bin eine Meereskatze. Ok. Die sind besonders krass. Ja, da war voll der Abgrund, aber niemand hat den gesehen. Aber lebst du eigentlich nicht am Abgrund? Du bist doch nur Meereswesen, oder? Ja? Aber warum soll ich da auch im Abgrund wohnen? Ja, cool umgedreht. Ja, cool umgedreht. Was ist das denn? Hey, hier ist auch niemand, aber... Ja, wie das stimmen die Pings nicht, oder die sind wirklich alle schon nicht mehr da? Die sind alle schon weg, ja. Ich glaube wirklich, die sind alle schon weg. Oh, das ist voll der Herzfelsen. Das ist ja schön. Der ist ja süß. Was verstehe ich denn erst? Herzfelsen. Ja, klar. Jetzt... Ja, und du nie gesehen, dass das hier ein Herz ist. Oh, echt so? Ich auch noch nicht. Ist das hier echt ein Aussichtspunkt? Das ist ja voll schlecht. Ja. Wenn ich die Mucke höre, dann will ich wieder Vice City spielen, oder wie, oder was? Ja, dann ist da hinten vielleicht noch einer. Okay. Wir sind hier voll, äh, flinky und so. Mhm. Ach so. Cool. Können wir sie drunter durchfahren. Das ist so. Komm schon. Ihr könnt ja nicht alle schon irgendwie weg... Doch, ist auch weg. Das gibt's doch gar nicht, oder? Wie viel Pech muss man bitte haben? Das ist echt krass. Also, ja. Das ist wirklich krass. Das ist wirklich keiner mit. Äh, hä? Was ist denn immer? Ähm. Ja. So. Was ist das? Wo bist denn du? Was machst denn du? Ach da, ich bin hier. Jetzt sind's auch nur noch 10. Das ist super lustig. Das ist super lustig. Okay, es ist halt eh leer jetzt, ne? Ich bin ja jetzt gespannt, was das so wird. Ja dann. Da hinten. Da hinten. Da hinten. Da hinten. Hä? Wir müssen... Echt? Bööööööööre. Hier ist ein rekrutierbarer Charakter. Hä? Okay, die Pings sind falsch auf der Map, ganz ehrlich. Nur der ist tot Oh, das ist schlecht, ja Das ist Aphrodite Das bist ja du Das ist so Das wird über die Auftragspings nämlich gar nicht gezeigt Das heißt, die sind nicht ganz richtig Das ist direkt schon nicht mal mehr überraschend bei Fortnite Das ist halt traurig Ich will doch da rein Okay Das wird hier ganz schön krass Wir sollten wieder einen epischen machen Wo wir einfach so stehen und der Controller ist leer und so Das war wirklich so einfach Das war so cool einfach Das war super lustig Ja, schade Die rekrutieren und ein Automat fehlen Aber naja War irgendwie klar Was soll's Warum machst du denn so einen Sprung jetzt? Ich will doch da hoch Das ist hier ein richtig cooles Verstecksli Nur noch zwei Ist das lustig oder was? Ob es der Medaillonträger Dann wissen wir ja in dem Fall Wo die sind So ungefähr zumindest Einer da und einer da Ja, ja, die sind dann drüben Ungefähr Nur sehe ich sie nicht Aber die sind ungefähr da Okay Müssen aber jeden Moment näher kommen halt Sturm und so Wobei die können auch einfach da stehen bleiben Ist auch gut Ist auch gut Das stimmt Das machen ja auch einige Ja eben Deswegen Wäre schon ganz funny Ich mag nur die Aufteilung von uns nicht Wir sind hier nicht so ganz zusammen Das ist nicht so cool Ja, wieso? Du bist doch da drüben Das passt doch Ja, das ist zu weit weg Für den Kampf dann jetzt Ach so, dann komme ich von mir Ja, die kommen auch Die sind leider nicht im Sturm Wobei Sie sind Sie bewegen sich eigentlich noch Im Sturm oder so Dass wir sie nicht sehen Check ich nicht Da Da Jetzt sehe ich sie Da vorne Ist gerade reingekommen In die Zone Ah, okay Auf dem Dach Einer Aber der hat schon Sturmschaden gekriegt Ich weiß aber nicht Jetzt sehe ich ihn ja gar nicht mehr Ah, und einer ist auf dem Dach Ist ein Sniper Ja What the fuck Wie trifft denn der mich wieder? Egal, lass weiter Komm, komm, komm Rückzug Okay Das Auto Den Scheiß mache ich nicht mit So, ungefähr so Das wird interessant Ja Mal sehen Ich sehe sie Ah, am Berg Ah, einer hat Zeus Medaillon Synchronenträger Ja, das denke ich mir Ich habe schon gesehen, dass die gut sind Die sind gut Die umgehen uns, gell? Einer ist jetzt da hinten Ja, ich sehe Mach dir nix Komm, wir fahren Weil die müssen halt wieder zurück auch Jetzt wissen sie nur, wie sie sind Jetzt wird's Jetzt wird's eklig Der Sniper geht mir halt so auf den Sack Ich weiß, was ich mache Ich glaube, das kriege ich hin Okay Wow Ich fahre wieder mit zwei Schüssen weg Ich wollte ihn eigentlich spicken Mit dem Impuls Was machen die? Ja, die rennen Ach, der hat getrollt, oder was? Ah, okay Eine mythische, ja Das sind dann halt zwei Schuss Die hatten drei Medaillons Stimmt, sein Kreis war kleiner Ja, gut Keine Chance einfach Wie wär's das denn? Keine Chance gegen so einen Schmarrn wieder Aber das war hier spannend Und so Die haben voll den Kack gebaut Von ihrer Seite aus nicht Noch? Auch Die sind immer im Sturm rumgerannt Ja, gut So Gut, gut, gut Das war ja was Ich weiß nicht Tschüss Bye bye Tschüss 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 Tschüss